Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wo Worte nicht ausreichen, anzunehmen bei Avaluin in Suramar an folgender Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hierbei muss ich ihn mit 800 uraltem Mana bestehen. Nehme die Quest mal an. Ich schau nach, ob ich die uralte Mana habe. Ja, habe ich. Dann darf ich ihm das anbieten und die Quest ist abzugeben an derselben Position. Ich zeige euch jetzt noch so ein bisschen das Gebiet, damit ihr ihn finden könnt. Und noch die andere Seite. So, lauf noch mal zu ihm. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao. 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 Ciao.